Hallo meine Anhörer und herzlich Willkommen! Frankenwagen! Berlin, ne? Wild! Gatorade! Lemon Lime? Das ist geil! Alter, das riecht künstlich! Boah! Das hat gleich die Farbe! Das riecht, weißt du wie das riecht? Das riecht wie so aufgelöste Weingummis oder sowas Stößchen! Hä? Ich hab mir das ein bisschen süßer vorgestellt, tu bin ich honest! Hä? Wie wüsst du das für Schreiben? Also wenn man Power Raid kennt? Ja! Power Raid in Zitrone! Es gibt ja Zitrone Power Raid auch! Echt? Ja! Man merkt, dass ich kein Power Raid trink! Na top! Ja, ist okay! Kann man machen, es ist nicht zu süß! Aber irgendwie... Ähm... Irgendwie fast das Gefühl, dass das auch fast nach gar nichts schmeckt, oder? Schmeckt ja wegen Fahrt, oder? Ja, würde ich nämlich so auch behaupten! Na top! Bis dahin! Ja, das ist ja auch schon mal!